Ja, guten Tag, da bin ich wieder. Es ist mittlerweile schon spät geworden. Hier mit meiner Sendung, die lange Big-Think-Nacht mit Dr. Helge Schneider. Heute, die Fernbedienung. Das ist eine Fernbedienung. Ja, kommt das Bild vom Fernseher. Lauter, leiser, umschalten. All diese Dinge kann man mit einer Fernbedienung machen. Man kann Licht, kann man auch dimmen und Programmwechsel. Man kann Scan, hier steht hier, und ein Menü bestellen. Wenn man hier drauf drückt, kann man allerdings zeigen, aber hier Menü. Kann man allerdings lange warten, bis dann jemand kommt mit etwas zu essen. Ja, das ist die Fernbedienung. Wann ist sie erfunden worden? Mal sehen, was hier drin steht. Hier sind zwei Batterien drin, und hier steht drin, 1800 bis 2000. Das ist also die Zeitspanne. Ja, Jules Verne hätte es nicht besser sich ausdenken können. Eine Fernbedienung für alles. Das war es erstmal für heute, und erstmal für jetzt. Denn gleich geht es bald weiter, in 40 bis 60 Minuten, mit der nächsten Sendung von Big-Think-The-Long-Biss-Big-Think-Night. Bohe, ich kann ja Loy bra. Ja, ich kann es l Oh mein! Ja, ich kann das permits, das Marion Brot Vielen Dank.